Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigt Bar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Benjamin Battenberg für euch zu haben. In seiner Predigt zum vergangenen Sonntag spricht er über den einsamen Tag. Wie ist das eigentlich, wenn man mit seinem Glauben alleine ist? Wann brauchen wir Ruhe und wann vielleicht die Gemeinschaft? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich lese aus dem Wort Gottes und zwar heute aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 7 bis 11. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Joshua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Halleluja. Herr, tue meine Lippen auf, lass meinen Mund dein Lob verkündigen. Amen. Es gibt auf YouTube so eine Show, die heißt Seven vs. Wild. Es gibt da mittlerweile drei Staffeln davon und die Idee ist sehr einfach. Da werden einfach sieben Menschen irgendwo ausgesetzt in der Wildnis. Die haben dann so ein paar GoPro-Kameras dabei und die filmen halt, was sie da so machen. Und sie kriegen nur ein paar Gegenstände mit. Sie sind nicht besonders gut ausgerüstet und dann müssen die da sieben Tage lang überleben. und möglichst vorher nicht per Funkgerät das Ganze abbrechen. Das ist so das Ziel. Also möglichst diese sieben Tage irgendwie durchhalten und ein paar Challenges gibt es dann auch, damit sie nicht zu langweilig wird. Und das Spannende ist, ich habe mir die erste Staffel angeschaut, das war schon vor drei Jahren oder so, keine Ahnung. Und die größte Herausforderung für diese Leute, was denkt ihr, was war die größte Herausforderung? Wasser? Nein, war es nicht. Die Einsamkeit, das ist das Spannende. Nicht die Bären, die es dort wahrscheinlich nicht gab oder die Wölfe, die es dort vielleicht hätte geben können. Auch nicht der Hunger, sondern für viele war eben wirklich die größte Herausforderung, was tue ich denn jetzt sieben Tage lang mit mir allein? Ohne Handy, ohne Ansprache, ohne Freunde und Familie, das ist hart. Und als ich mir die erste Staffel eben angeschaut habe, da war ich gerade voll im Stress, umgeben von Menschen und Terminen und ich habe mir ehrlich gesagt gewünscht, mal mit einem von denen da tauschen zu können. Ja, einfach mal irgendwo ein paar Tage in der Wildnis sitzen und Bären suchen, also solche zum Essen und Feuer machen probieren und so. Und in dem Buch Gemeinsames Leben schreibt Dietrich Bonhoeffer über den einsamen Tag. Dietrich Bonhoeffer war Pfarrer und er war auch zur Zeit des Nationalsozialismus Doppelspion für die Nazis und für die Engländer. Und weil die Deutschen nicht gewusst haben, dass er für die Engländer auch spioniert, haben sie ihm sozusagen alle möglichen Freiheiten gelassen. Und so könnte er ein Predigerseminar betreiben für seine Vikare, also für junge angehende Pfarrer und mit denen arbeiten zum Thema, allen Themen, die man also braucht, um Pfarrer zu werden. Besonders ging es halt auch darum, wie kann man in einer Zeit, wo der Staat unglaublich gottlos ist und unglaublich brutal und teuflisch sogar, wie kann man da überhaupt wirken? Und jetzt war das halt so, wenn du da irgendwie 30 junge Männer auf einem Bauernhof irgendwo in der Pampa in Deutschland versammelst, dann ist das gar nicht so einfach. Und deswegen hat er ein ganzes Buch darüber geschrieben, hat er sich viele Gedanken darüber gemacht, da sind ganz praktische Sachen drin und auch manche ganz theoretischen Sachen, ganz inhaltliche Sachen. Und seine These ist, wir brauchen die einsame Zeit, also wo nur ich und Gott irgendwo abgeschieden sind, damit wir überhaupt in Gemeinschaft leben können. Aber wir brauchen auch die Gemeinschaft, damit wir die Einsamkeit aushalten können. Beides gehört irgendwie zusammen. Und wir haben gelesen, wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Also da war das Lager mit den Israeliten, tausende Leute, alle irgendwie zusammen, aber wenn du Gott begegnen wolltest, musstest du aus dem Lager rausgehen. Ein bisschen abgesondert. Und da stand dann dieses Zelt, das Mose dorthin gestellt hat. Das Zelt Gottes ist draußen außerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Wenn wir Gott befragen wollen, müssen wir uns ein bisschen ausklinken. In dem Kapitel davor, das ist ganz spannend, da lesen wir, dass Gott dann eine Distanz zu den Menschen hält. Weil da war diese Geschichte mit dem goldenen Kalb, wo sich die Menschen von Gott abgewandt haben und sich einen eigenen neuen Gott gebastelt haben. Und Gott hat sie ein bisschen bestraft, hat aber dann gesagt, ich kann nicht inmitten dieses Volkes leben. Da ist so viel Bosheit. Wenn ich die Leute immer bestrafen würde, müsste ich sie umbringen oder so. Es braucht eine gewisse Distanz. Ganz interessant. Das Zelt ist draußen. Fern vom Lager. Die Israeliten können es in der Ferne sehen, aber sie sehen auch die Entfernung. Sie sehen, da steht was zwischen uns und Gott. Ich habe diese Woche mit Schülern in der Unterstufe über Streit geredet. Wie kann man mit Streit umgehen? Wie kann man einen Streit irgendwie zu einem positiven Ende bringen? Und die Schüler haben gesagt, naja, manchmal ist es gut, eine Pause zu machen. Manchmal ist es gut, in einen anderen Raum zu gehen. Sich auszuklinken. Und ich glaube, das ist da auch so ein bisschen die Idee. Es muss ein bisschen Distanz geschaffen werden in dem Moment. Und wir können auch nicht so tun, als ob in Schwächerheit im Jahr 2024 alles in Ordnung wäre. Wir als Menschen, wir haben uns weit entfernt von Gott, von seiner Liebe, von seiner Gerechtigkeit, und seiner Weisheit steht so viel zwischen uns und Gott. Und wenn ich Gottes Stimme hören möchte, dann muss ich vielleicht das Radio abdrehen, das Handy ausschalten, rausgehen zum Zelt der Begegnung. Im Lager ist es zu laut, um die Stimme Gottes hören zu können. Und Dietrich Bonhoeffer, der hat das in seinem Predigerseminar so gelöst, dass er gesagt hat, naja, wir können uns ja nicht aus dem Weg gehen hier. Also hat er Schweigezeiten eingeführt. Da haben sie sich bewusst für ein, zwei Stunden aus der Kommunikation herausgenommen. Da wurde nicht geredet. Deshalb so, damit sie die Möglichkeit hatten, ganz persönlich Gott zu begegnen. Bonhoeffer hat das Meditationszeiten genannt. Und in diesen Meditationszeiten waren ihm drei Dinge ganz wichtig. Das Erlesen in der Bibel, das einfache Gebet zwischen Mensch und Gott, mit allem, was uns so beschäftigt. Und dann drittens, die Fürbitte für die anderen, für die anderen beten, die um uns herum sind. Frage, hast du so ein Zelt der Begegnung mit Gott? Vielleicht eine Zeit am Morgen, wenn es noch ganz ruhig ist. oder ein Ort, so ein bisschen abgesondert vom Trubel, wo du dir eine Zeit nehmen kannst. Ich lese dann mal weiter im Bibeltext. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Die Gegenwart Gottes, die ist draußen beim Zelt. Und ein Ausleger sagt, vielleicht ist ein Grund, warum das Zelt da draußen ist, auch der, dass Mose, wenn er zu dem Zelt hingeht, muss er sich aus dem Lager entfernen. Und alle schauen zu. Weil wenn Mose da hingeht, da ist diese seltsame Sache mit der Wolke. Diese Wolke, die irgendwie die Gegenwart Gottes irgendwie erscheinen lässt. alle schauen nach draußen zum Zelt. Das führt so die Blicke. Vor allem schaust du nicht mehr hier auf dich selber und auf dein Haus und auf die Leute um dich herum und auf die großen Sorgen und Probleme und die kleinen Sachen und den blöden Nachbarn, der ja schon wieder, sondern die schauen nach draußen. Mose möchte vielleicht, dass die Leute wegschauen vom Lager. alle sehen, dort ist Gott. Sie sehen die Wolkensäule und sie sehen das und sie verneigen sich vor Gott. Ich glaube, das ist eine Haltung, die wir in unserer Zeit auch ganz dringend brauchen. Wir starren auf den Fernseher, auf die Nachrichten, auf die Medien, ins Handy, in den Computer hinein und ich kenne ja euren Fernseher nicht, aber was Großartiges gibt es da eigentlich nicht zu sehen bei mir. Da gibt es nur so eine kurzzeitige Befriedigung, aber so richtig glücklich macht mich das eigentlich nicht. Und ich denke, wir Menschen, wir sind nicht dazu gedacht, dass wir nur auf uns selbst und auf unsere Bildschirme schauen. Ich denke, vielmehr sind wir Menschen dazu geschaffen, dass wir auf Gott schauen, dass wir uns vor ihm verneigen, dass wir Gott ehren. Deswegen gibt es im Gottesdienst immer so viele Lieder, so viel Lobpreis. Das war schon immer so in der Reformation und in der alten Kirche, im jüdischen Gottesdienst seit König David. Der halbe Gottesdienst besteht immer daraus, dass wir Gott loben und ehren und preisen. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, wenn wir nicht lernen, uns vor Gott zu verneigen, dann verneigen wir uns einfach viel zu oft vor den falschen Dingen, vor den falschen Menschen, vor den falschen Sachen, die uns eigentlich nur schaden. Und zur Zeit von Dietrich Bonhoeffer war das ganz stark spürbar, weil die Kirche war damals so zwiegespalten. Die einen haben versucht, dass sie sich einerseits vor Gott und andererseits vor Hitler verneigen. und die anderen haben versucht, sich nur vor Gott zu verneigen. Und das hat die Kirche gespalten in sich. Und das hat irgendwie etwas ganz Neues hervorgebracht. Verneigen wir uns vor Gott. Ihm gebührt die Ehre und er möchte unseren Blick in die richtige Richtung leiten. Ich komme schon zum Schluss. Da steht dann, der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Joshua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Von Angesicht zu Angesicht, so wie Freunde miteinander reden. Das mit Mose und Gott ist was ganz Besonderes. Also Gott redet mit Mose wie zu einem guten Freund. Im Neuen Testament sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Ganz früher war diese Freundschaft zu Gott ganz exklusiv für so ganz spezielle Leute. In der Bibel lesen wir im Alten Testament nur von Abraham und von Mose, dass sie Freunde von Gott waren. Ja, eventuell könnte man noch den David mit dazu nehmen, aber da stehen andere Wörter. Da steht das Wort Freund nicht. Aber bei Jesus können wir auf einmal alle Freunde Gottes werden. Wenn wir uns an Jesus und seine Worte fest anhalten, dann nennt uns Jesus seine Freunde. Bei guten Freunden ist es ja oft so, das sind die besonders wertvollen Momente, die, wo man mit dem guten Freund ganz allein ist. Vielleicht am Abend und dann trinkt man vielleicht ein Bier miteinander und dann noch eins oder so und irgendwann wird man ganz ehrlich voreinander. Da kann man dann auf einmal die schwierigen Themen ansprechen. Da können Worte wirklich einen Unterschied machen. Letzte Woche hat mir meine Frau was gesagt, was mir ganz wichtig war, was meinen Blick auf manche Dinge ganz stark verändert hat. Zum Positiven, Gott sei Dank. Das kann nur da geschehen, wo ich mit jemandem allein bin, jemandem vertraue. Wenn wir unsere Freundschaft mit Gott pflegen, dann kann das alles verändern. Mir wurde ganz oft gesagt, dass man ganz am Schluss der Predigt, dass man da noch eine Pointe einbauen soll und dass der Predigt-Schluss ganz wichtig ist. Und deswegen muss ich euch jetzt halt enttäuschen, es kommt keine Pointe mehr. Nur eine Bitte. Nimm dir die Zeit, sobald es geht. Geh raus vors Lager, wo dich niemand stören kann und rede mit Gott. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020